Auch als Pranayama bekannt ist das vierte Glied des Yoga. Diese kraftvolle Praxis ist eine der wichtigsten im Yoga, weil sie sich mit Pranayama-Energie befasst. Und bei jeder Atemübung reinigen wir dabei unseren Körper, indem wir ihn buchstäblich mit mehr Sauerstoff füllen, was unser Blut und unsere Lebenskraft beleichert. Indem wir den Atem regulieren, können wir die Geschwindigkeit des Herzens steuern und den Geist beruhigen, wodurch wir bewusster, mit dem Geist verbundener und voller Glückseligkeit sind. Eine konsequente Pranayama-Praxis hilft Ihnen, sich mit Ihren physischen und meditativen Praktiken zu verbinden und die Vernetzung aller Dinge zu spüren. Entfinden Sie ein neues Verständnis dafür, was es bedeutet zu atmen. Diese Pranayama-Praxis soll eine bewusste und freudige Beziehung zu Ihrem Atem aufbauen. Sie verlängern und stärken Ihren Atem mit progressiven Mustern und geführten Meditationen, die Ihre Praxis verändern und Ihre Gesundheit auf und eben neben der Matte verbessern. In diesem Pranayama-Programm erleben Sie eine Verbesserung der Lungenkapazität und der Beweglichkeit des Zwerchfells, Reduzierung körperlicher Spannung und Angstzustände. Anregung Ihrer Kreativität und Inspiration. Greifen Sie jederzeit und von überall auf der Welt auf unser Training zu und vertiefen Sie Ihre Praxis und erweitern Sie Ihre Lehrerfähigkeit mit unseren Kursen und Schulungen. Unser Programm ist eine Alternative zur Yoga-Lehrer-Schulung in einem Studio, wobei die Integrität der Ausbildung, die Tiefe des Lernens und die personalisierte Erfahrung, die man von einer Yoga-Lehrer-Ausbildung erwarten sollte, erhalten bleibt. Die Atta Yoga-Schule ist eine registrierte Schule bei der Yoga Alliance. Die Yoga Alliance hat in diesem Zusammenhang freigegeben, dass auch Online-Ausbildungen ohne Präsenz-Termine mit in Ihre Praxis integriert werden kann und auch anerkannt wird. Sie entzündet werden, dass auch Online-Ausbildungen ohne Präsenz-Termine